Aktuell läuft die neue Promi Big Brother Staffel im Fernsehen. Am Samstag wurde die sechste Folge ausgestrahlt. Das bedeutete gleichzeitig, der erste Auszug stand bevor. Einer von euch muss den Container verlassen und die Schande ertragen, bei Promi Big Brother 2023 als erster gehen zu müssen, verkündete der Big Brother. Ganze fünf Promi Big Brother Teilnehmer wurden für den Rausschmiss nominiert. Die Reality-Sternchen, Patricia Blanco und Matthias Mangiapane, Daniela Katzenbergers, Mama Iris Klein, YouTuber Ron Bielecki und TV-Persönlichkeit Paulina Liubas. Alle konnten aufatmen, bis auf Patricia Blanco, die sowohl bei ihren Mitstreitern als auch beim Publikum offensichtlich nicht gut ankam. Sie bekam die wenigsten Stimmen von den Zuschauern. Doch bevor Patricia ihre sieben Sachen packen und gehen musste, wurde sie von Moderatorin Marlene Lufen gefragt, ob sie zu ihrem Vater und Schlagerstar Roberto Blanco, mit dem sie seit langer Zeit zerstritten ist, wieder Kontakt aufnehmen wird. Patricias Antwort Als erstes werde ich etwas essen. Und dann werde ich schauen, was ich mache.